Hi Vogue, ich bin Leni. Heute mache ich mich fertig für den Pinker Carpet hier in Cannes und ich fange an mit meinem Skincare Routine. Zuerst, ich benutze hier das, so einen Toner. Ich benutze Face-Wash nicht, so ich mache das auf ein Tuch und dann, it gets all of the dirt off my face and all the makeup that I already have on. Jetzt, ich habe nichts auf meinem Gesicht und ich benutze hier das, so ein Serum from Dior. Und dann, ich benutze hier das, ein Eye-Cream und das ist von Dior. Das hat so einen Kreis und das Gel kommt hier raus und dann, du kannst es direkt auf deine Haut machen. Okay, jetzt, ich benutze einen Concealer, nur so auf meine Scars und Pickeln und dann unter meinen Augen. Ich benutze Tirt Concealer und ich mache noch ein bisschen was. Jetzt, ich benutze einen Finger, weil ich die Bürste nicht so. Ich fange an mit meinem Eyeshadow-Look, weil das ist ein Macauble und ich mache ein bisschen extra, dann andere Everyday-Tage. Ich habe hier das von Dior. Ich benutze die ganze schöne Farbe. Ich benutze hier diese helle Farbe mit meinem Finger, weil es ein Liquid und ich mache das direkt hier drauf. Jetzt, ich benutze auch diese Dior-Bürste und ich gehe rein mit die zweite Farbe hier oben. Ich mache das hier mit dem Corner, mein Eye. Ich fange an, immer mit heller Farben, weil ich habe immer abgemacht, zu dunkel zu gehen. Okay. Jetzt, ich wollte ein bisschen Glitzer haben. So, ich benutze hier diese goldene Glitzer und dann hier diese braune da unten. Und ich mache das hier zusammen. Und ich mache das hier zusammen. Ich würde auch noch ein bisschen dragen. dann ich gehe nur mit hier diese weisende Farbe und ich gehe so in die Mitte auf meine Auge und ich packe das nur rein, du kannst das ein bisschen mehr nähen, dann ich gehe durch die Ecke. Dann, ich curl my lashes. Und dann, ich mache das nochmal so in die Mitte und dann, ich mache das nochmal auf Ende. Oh, look at the difference. Okay, ich benutze zwei Mascaras. Ich benutze Telescopic in Carbon Black from L'Oreal. Dann, ich benutze die Iconic Overcurl in Dior. Und ich fange an mit hier diese. Mein ist ein bisschen trocken, aber es funktioniert noch. Ich gehe mehr zu, ähm, the root of the eye. Mit dieser. Und dann, ich gehe ganz oben. Ich bin fertig mit hier dieses. Und dann, ich benutze die Dior. Und, ähm, wenn das ganz neu, ich liebe hier so das machen, denn da ist nicht so viel Produkt auf die, ähm, Bristles. Und ich mache das Gleiche. Ich fange an hier. The real. Und dann, ich gehe ganz hoch. Okay, jetzt ganz viele Leute machen das nicht, aber ich, ähm, curl my lashes nochmal, ähm, after I put my mascara on. Ich habe immer Angst, dass die, ähm, rausfallen. Aber das muss so sein. Ich gehe schon wieder. Aber ich mache das nur ein, weil ich drei. Und dann, ich gehe letztes Mal hier mit. Ich habe schon vergessen. Ich wollte das dann machen, ähm, vor alles auf das. Aber ich mache das schon jetzt. So ein Chapstick-Räumen. Und ich liebe das. Jetzt, ich nehme hier diese ganz, ganz, ganz kleine O-Brush von Dior. Und ich mache das Gleiche, das hatte oben gemacht, aber so unter. Ähm, ich benutze noch wieder die Farbe und die Farbe hier hin. Und dann, ich nehme diese Glitzer-Noir und ich mache das hier an die Öppen. Okay, fertig mit den Augen. Und dann, ich benutze hier dieses Light Foundation. Nur ein ganz kleines bisschen. Ähm, Giorgio Armani Foundation. Nummer 3.5. Und ich mache das hier so an meine Hand. Nur so viel für mein ganzes Gesicht. Und dann, ich benutze auch meine Finger. Und dann, ich benutze die KKW-Beauty-Kontour-Stick. Und ich benutze meine Bässe von Nass. Ich liebe die Kreme-Kreme-Produkte. Und ich benutze meine Bässe von Nass. Ich benutze meine Dinger-Syn-Creme. Und dann, ich benutze meine Haarline, so es blendet ein bisschen besser. Okay. Jetzt mache ich meine Armraum mit die Dior. Onset Brow. Ich liebe das. Das ist die gleiche Farbe mit meinen Augenbrauen. Das ist perfekt. Und ich benutze das auch in meinen Haaren manchmal, wenn ich hab so... Warte, guck mal. Hier, wenn ich hab so Haare... It's Eyebrow-Doll. With tinted. Augenbrauen-Gel. Und ich bleibe die nur hoch. Jetzt, ich benutze Kat Von D Lipstick. Für meine Blush. Das hält den ganzen Tag. Ich mach... Oh, ich weiss so viel. Auf meine Cheeks. Ich mach das mehr hier oben. Ich bin viel gemacht. Jetzt, meine Finger. Ich trage das hier hoch. Ich mache all die Creme products. Blush und... Contour. Als ein Primer für die Powdered Produkte. Ich benutze... Ich benutze... Hula Bronzer. Ich benutze... Hula Bronzer. Um... Ich benutze... Um... 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 Okay, das ist mein Pink Carpet Look. Ah, warte, ich hab was vergessen. Okay, meine Damen, ich bin fertig. Hier ist mein Outfit für pinker Teppich. Und mein Make-up und meine Ohrenringe. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und hier, du kannst andere Videos angucken. Tschüss.